Ja, wir haben das eben gesungen und ich glaube, dass es auch der Schlüssel ist. Es wird auch heute in dem Wort, geht es auch um diesen Punkt, Gott gehorsam zu sein. Und irgendwie in der letzten Zeit beschäftigt mich das, was Paulus in Philippa 3 sagt, dass er sagt, ja, er war ja ein sehr religiöser Mann, dem es sehr wichtig war, die Gebote Gottes einzuhalten. Ihm war es so wichtig für sein persönliches Leben, er hat alles drangesetzt, er hat so gestrebt danach, ein Leben zu führen, wie es Gott wohlgefällig ist. All die Gebote Gottes zu halten und nicht nur, ja, für sich selbst, sondern auch, dass er danach gestrebt hat, auch andere dazu anzuhalten, wirklich all diese Gebote zu halten. Und wie er das so beschreibt in seinen Briefen, wird deutlich, ja, damals, er hatte Freude an dem Gesetz Gottes, das war etwas, was er gut fand. Und die Gebote Gottes sind doch was Gutes. Wenn die Menschen nicht mehr stehlen würden, wenn sie nicht mehr töten würden, wenn sie sich nicht gegenseitig die Partner ausspannen, wenn sie, ja, wenn sie Gutes tun, wenn sie einander lieben, das ist doch was Gutes. Und ich will danach streben, das zu tun und ich will auch andere dazu anhalten, das zu tun. Aber es gab einen Moment in seinem Leben, wo er plötzlich begriffen hat, das, wonach ich gestrebt habe nach diesem vollkommenen, heiligen Leben, das ist, das ist es nicht. Ihm ist es aufgegangen, als er Jesus begegnet ist. Und er hat gesagt, weil ich Jesus kennengelernt habe, ist alles, was mir vorher wichtig war, was mir wertvoll war, das schmeiße ich alles weg. Ist für mich alles Dreck. Nur noch Jesus ist mir wichtig. Weil ich Jesus liebe, deswegen tue ich jetzt das, was er sagt. Deswegen will ich jetzt gehorsam sein. Gehorsam nicht, um irgendetwas zu erlangen, irgendeinen Status zu erreichen, irgendeine Position. Gehorsam nicht, weil ich irgendwie Gott manipulieren will. Gehorsam nicht, weil ich irgendwelche Ziele erreichen will, sondern gehorsam, weil ich den, der mich bittet, etwas zu tun, weil ich ihn liebe. Das ist der Grund. Ich habe erkannt, wie sehr Jesus mich liebt. Und deswegen, weil er mir so wichtig und wertvoll geworden ist, soll er mein Ein und Alles sein. Wir gehen hier in die Sprüche Kapitel 15 und da geht es um Hochmut und Demut, wie so oft. Und Jakobus und auch Petrus haben das zitiert aus den Sprüchen in ihren Briefen. Sie zitieren, Gott widersteht dem Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade. 1. Petrus 5, Vers 5 zum Beispiel. Und so steht es hier auch in Vers 25 auf gewisse Art und Weise. Das Haus der Hochmütigen reißt der Herr nieder, aber er legt fest die Grenze der Witwe. Der erste Teil des Verses richtet sich an die Stolzen, an die Hochmütigen. Und das Bild von dem Haus, das niedergerissen wird, das hat mich erinnert an einige Verse aus der Bergpredigt, wo Jesus über ein Haus spricht, das niedergerissen wird, das zusammenbricht, zusammenfällt. Lass uns das mal aufschlagen in Matthäus 7. Jesus sagt in Vers 24 von Kapitel 7 im Matthäusevangelium, jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen an jenes Haus und es fiel und sein Fall war groß. Jesus zeigt uns hier zwei Bauherren. Sie bauen ihr Haus. Der eine baut auf einen Felsen, auf ein festes Fundament. Der andere setzt sein Haus einfach so auf den Sand, auf das Land. und sie bauen ihre Häuser und die Häuser, sie wachsen und gedeihen und werden groß und werden schön und so richten sie ihr Leben ein in diesen Häusern, jeder in dem Seinen und da steht das eine Haus neben dem anderen und du siehst dir die Häuser an und sie sehen vielleicht ziemlich gleich aus. Und du denkst so, das ist ein schönes Haus und das ist auch ein schönes Haus. Die Sonne scheint, das Leben ist gut. Du kannst es nicht unterscheiden. Und wisst ihr, Jesus deutet das so, er sagt, das sind Leute, die zur Gemeinde kommen. Das sind Leute, die sich das Wort Gottes anhören. Der eine hört das Wort Gottes und der andere. sie gehen zusammen in eine Gemeinde. Beide bauen ihr Haus, ein schönes Haus, ein Lebenshaus. Sie bauen sich so ihr Leben auf. Aber dann kommt etwas hinein in ihr Leben. In den Sprüchen steht, dass Gott das Haus niederreißt. Jesus erzählt, dass hier ein Sturm kommt, dass ein Platzregen kommt, dass die Ströme kommen, dass daran gerüttelt wird an dem Haus. Und dann zeigt es sich, ob dieses Haus auf einem festen Fundament steht oder einfach nur auf dem Sand gebaut ist. Egal, wie schön es aufgebaut ist, es kommt auf den Grund an. auf die Grundlage deines Lebens. Darauf kommt es an. Es kommt nicht darauf an, ob du reich und schön bist und stark. Ob du dein Leben gut gebaut hast, sondern worauf du gebaut hast. Das ist das Entscheidende. Worauf du dich ausgerichtet hast. Was dein Zielpunkt ist. Ja, die Bibel spricht auch von Jesus als dem Eckstein, an dem sich alles ausrichtet, der ganze Bau. Also es kommt dieser Platzregen, es kommt dieser Sturm und Gott sendet diesen Sturm. Er prüft, er rüttelt und wisst ihr was, das ist ein Segen, dass er es tut. Es ist gut, dass er es tut, weil dadurch offenbar wird, worauf wir gebaut haben. Und wenn wir gut gebaut haben, wenn wir auf dem Fundament gebaut haben, auf dem Felsen gebaut haben, dann wird uns dieser Sturm nicht umschmeißen. Unser Leben bleibt bestehen. Wenn wir aber schlecht gebaut haben, dann bricht alles zusammen. Wenn wir nicht auf dem Fundament gebaut haben, dann ist da ein großer Zusammenbruch. Wie kann das gut sein? Es ist deswegen gut, weil wir dann merken, wir müssen nochmal neu bauen. Wir müssen nochmal neu auf den Grund gehen. Und das ist eine große Chance. Wisst ihr, Gott lässt das zu in unserem Leben, dass solche Stürme kommen und dass unser Kartenhaus zusammenbricht, damit wir umkehren und jetzt neu anfangen und unser Haus neu bauen und zwar diesmal auf dem Fundament, auf dem Felsen. Und Gott ist so. Das ist sein Charakter. Er ist voller Gnade. Er gibt uns eine neue Chance. Er sagt, okay, dein Haus ist zusammengebrochen. Das ist sehr traurig. Sehr schade. Aber weißt du was? Du hast jetzt eine neue Zukunft vor dir und du kannst etwas Neues aufbauen. und ich zeige dir, wie es richtig geht. Ich zeige dir, wie du es bauen kannst, dein Leben, dass es dann nicht zusammenbricht, wenn der nächste Sturm kommt. Denn der nächste Sturm kommt gewiss. Aber wenn du jetzt neu anfängst und dein Haus auf den Felsen baust, dann wird dein Haus bestehen bleiben. Es wird nicht wieder zusammenkrachen. Was ist nun dieser kluge Mann, der sein Haus auf den Felsen baut? Es ist der Mann, der hört und tut. Und das klingt vielleicht für manche Ohren so stark. Das ist also ein starker, gläubiger Mensch, der gehorsam ist, der Gott gehorsam ist. Aber ich bin nicht so stark. Ich bin schwach. Ich falle immer wieder hin. Ich bin nicht Gott. Ich möchte gerne gehorsam sein, aber ich bin es nicht. In mir ist so viel Widerstand. In mir ist so viel Schwäche. Ich versage immer. Dem halte ich entgegen. Wisst ihr, derjenige, der das Wort Gottes nicht tut, ist in der Tiefe seines Herzens immer noch stolz. Weil er nicht bereit ist, Gott in seinem Leben Herr sein zu lassen. Immer noch nicht Jesus die volle Kontrolle über sein Leben gegeben. Wenn Jesus wirklich der ist, von dem wir ihm gesungen haben, du nur bist mein Herr und mein Gott. Wenn er das wirklich ist. Wenn ich ihm wirklich 100% vertraue, ich ihm mein Leben übergeben habe und ihm folge, dann tue ich, was er sagt. Aus Liebe, wie Paulus gesagt hat. Weil ich weiß, dieser Jesus, der ist der beste Herr, den du haben kannst. Ich selbst mit meinen eigenen Vorstellungen, mit meinen eigenen Zielen, eigenen Wünschen, ich habe mein Leben in den Sand gesetzt. das will ich nicht mehr. Ich will mein Leben auf den Felsen machen. Ich will mich diesem Herrn unterordnen. Ich will ihm folgen, weil er vertrauenswürdig ist. Warum ist er vertrauenswürdig? Weil er es bewiesen hat, Geschwister. Er hat sein Leben hingegeben für mich, für mich Sünder. Er hat sein gerechtes Leben aufgeopfert, für mich Ungerechten. Er hat sich erniedrigen lassen, obwohl er der Herr der Herren, der König der Könige ist. Und das macht mir Mut. Ich kann zu ihm kommen, denn er ruft mich, er ruft dich, er ruft dich heute. Komm her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Die ihr belastet seid von Schuld. Kommt her zu mir. Und das erfordert Demut, zu sagen, okay Herr, ich schaffe es nicht alleine. Ich kriege es nicht alleine hin. Meine eigenen Wege führen mich immer nur in die Irre. Ich will zu dir kommen, von dir lernen. Ich beuge mich unter deinem Wort. Ich erkenne deine Herrschaft an. Denn das ist es. Hochmütig ist der, der nicht gehorchen will. Hochmütig ist der, der die Herrschaft Gottes in seinem Leben nicht anerkennt. Und das ist es, was Jesus verkündet hat. Als er umhergezogen ist, hat er immer vom Reich Gottes geredet. Ich weiß nicht, viele von euch, ihr wisst das. Ich versuche das immer wieder auch so zu erklären, was das bedeutet. Aber vielleicht sitzt hier mancher, der nicht versteht, was das zu bedeuten hat. Wenn Jesus von dem Reich Gottes spricht. Das Reich Gottes kannst du auch übersetzen mit der Königsherrschaft Gottes. Dass Gott König ist, dass Gott regiert. Und dass Jesus das ausgerufen hat, bedeutet, dass er dich und mich auffordert, uns unter die Herrschaft Gottes zu begeben. Dadurch wirst du Teil des Reiches Gottes, wenn du glaubst wie ein Kind. wenn du ihm vertraust und ihm folgst, wenn du dich an die Hand nehmen lässt und sagst, Papa, du hast recht. Ich folge dir, ich vertraue dir, ich gehe mit dir. Ich tue das, was du sagst. Und das bedeutet aber eben unseren Stolz abzulegen, unseren Hochmut als Sünder, den wir haben, wo wir im tiefsten Innern unseres Herzens sagen zu Gott, ich weiß es besser. Ich mache es auf meine Weise. Aber das Haus des Hochmütigen wird niedergerissen. Und es ist doch gut, oder? Wenn der Stolze, der Hochmütige nicht gewinnt? Wenn der Sünder am Ende nicht triumphiert mit all seinen Plänen? So oft ist es doch in dieser Welt so, dass diejenigen gewinnen, die das Heft in die eigene Hand nehmen, die ihre eigenen Ziele suchen und durchsetzen, die Starken, die Mächtigen, sie gewinnen. So oft passiert es. Wisst ihr, aber Gott hat gesagt, ich werde kommen und ich werde Gericht halten und alle Stolzen erniedrigen. Der Tag des Endgerichts kommt und dann wirst du keine Chance mehr haben, neu anzufangen. Deswegen sagt, ringt Gott dann mit uns und sagt, komme jetzt und nimm mir die Herrschaft Gottes in deinem Leben an. Das bringt Heil für dich, das bringt Segen, du baust dein Haus und es ist widerstandsfähig. Wisst ihr, warum noch heute 2000 Jahre nachdem Jesus gestorben ist und auferstanden ist, warum es heute noch Menschen gibt, die an ihn glauben? Weil sich dieser Glaube bewährt hat in allen Stürmen des Lebens. Da können Millionen und Abermillionen Menschen drüber Zeugnis geben, die sagen, unser Gott ist treu, ich habe ihm mein Leben anvertraut und er hat mich durchgetragen. Er hat mir geholfen, wo es mir gut ging, dass ich nicht abgehoben bin und er hat mir geholfen, wo es schwer war, wo es schwierig war, wo es durch das tiefe Tal ging. Ja, durch das Tal des Todes hat er mich getragen und ist treu an meiner Seite gewesen und hat mich ans Ziel geführt und ans Ziel gebracht. Gott ringt mit uns. Er will, dass wir uns beugen und demütigen, damit wir Segen empfangen. Denn in unserer stolzen, selbstgerechten, sündigen Natur werden wir das nicht erleben. Und wenn wir uns beugen, wenn wir ihn annehmen, wisst ihr, dann sendet er seinen Geist in uns und der befähigt uns, dieser Geist Jesu in uns, der befähigt uns, das Gesetz Gottes zu halten, der befähigt uns dazu, gehorsam zu sein. Wenn du den Geist Gottes in dir empfangen hast, dann weißt du, dass du ein Kind Gottes bist und dass du Gott vertrauen kannst und dann hast du eine Kraft in dir, die all diese Widerstände, die in dir sind, überwindet, dann sagst du am Ende Ja zum Willen Gottes und folgst ihm und gehst mit ihm und vertraust ihm und nimmst sein Wort ernst und gehorchst ihm. Das Haus der Hochmütigen reißt der Herr nieder, aber er legt fest die Grenze der Witwe. Ja, die Elenden, die Schwachen, die Armen, denen wendet sich der Herr zu. Er liebt sie, er richtet sie auf. Die, die bedrängt sind in dieser Welt, die nicht ein noch auswissen und manchmal sind selbst Menschen, die so im Elend sind, stolz und hochmütig. Aber normalerweise bricht uns das Elend. Normalerweise ist es so, dass wir im Elend an den Punkt kommen, wo wir zu Gott schreien und sagen, Herr, ich weiß nicht mehr weiter, hilf mir, hilf mir hier raus, erbarme dich über mich. Und wisst ihr, dann kommt Gott so gerne und richtet uns auf und hilft uns. Er ist für die Elenden, die Schwachen, die Gebeutelten, die Verlassenen, die Entrechteten da. Er ist ein Vater der Witwen, ein Helfer der Weisen. Und ich wollte eine kurze Geschichte lesen, wie Gott sich erbarmt über eine Witwe und zwar eine Geschichte, die vielleicht nicht so bekannt ist, 2. Könige 4. Der Prophet Elisa, ein Mann Gottes, der, ja, Gott repräsentiert in Israel, der sein Wort weitergibt und der unter dem Volk auch Wunder tut im Namen Gottes. Und hier wird durch den Prophet Elisa Gottes Charakter offenbar. In Kapitel 4 steht, eine Frau von den Frauen der Prophetensöhne schrie zu Elisa, dein Knecht, mein Mann ist gestorben und du hast doch selbst erkannt, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Nun aber ist der Gläubiger gekommen, um meine beiden Söhne für sich als Sklaven zu nehmen. Da sagte Er von ihm weg und schloss die Tür hinter sich und hinter ihren Söhnen zu. Während sie ihr die Gefäße reichten Gossi ein. Und es geschah, als die Gefäße voll waren, da sagte sie zu ihrem Sohn, reiche mir doch noch ein Gefäß. Er aber sagte zu ihr, jetzt ist kein Gefäß mehr da. Da kam das Öl zum Stillstand. Und sie kam, berichtete es dem Mann Gottes und der sagte, geh hin, verkaufe das Öl und bezahle deine Schulden. Du aber und deine Söhne, ihr könnt von dem restlichen Öl leben. Gott wendet sich dieser Witwe zu, in der Gestalt des Propheten Elisa. Aber sie schreit zu ihm, sie kommt zu ihm, sie sucht bei ihm Hilfe. Und Elisa sagt, was hast du im Haus? Ja, da ist nur ein bisschen Öl. Ja, das reicht, da kann Gott was mit anfangen. Und Gott hat dann seinen eigenen Weg, wie er dieser Frau helfen will, in ihrer Not. Er hat einen Kanal des Segens, um sie zu retten aus ihrer Not. Das hätte sie nie gedacht. Sie wäre nie von selbst auf die Idee gekommen, sich Gefäße von ihrer Nachbarin zu leihen, um dort dann Öl von ihrem Ölgefäß rein zu gießen, wäre sie nie selbst drauf gekommen. Hätte wahrscheinlich auch nicht funktioniert, wenn sie selbst drauf gekommen wäre. Aber so hat Gott durch den Propheten ihr diese Zusage gemacht und auch diese Lösungsmöglichkeit eröffnet und sie geht einfach im Glauben hin und tut es. Sie vertraut auf das Wort hin und macht es und erlebt, wie Gott das segnet. Im Gehorsam auf das Wort Gottes hin, im Vertrauen auf das Wort Gottes hin, dass der Prophet zu ihr spricht, handelt sie und erlebt, wie Gott sie versorgt, wie Gott Versorgung schafft. Und das ist so wichtig, wenn du im Elend bist, wenn du verzweifelt bist, suche deine Hilfe bei Gott, vertraue seinen Wegweisungen und du wirst Hilfe erfahren, vielleicht auf eine Art und Weise, wie du dir das nie gedacht hättest. Gott hat immer noch Möglichkeiten, die du dir vorher nie einfallen lassen hast. Vertraue dich ihm an, er ist ein Anwalt für die Schwachen, für die Elenden. Er hat seine Wege, vertraue ihm. Sprüche 15, Vers 26, ein Gräuel für den Herrn sind die Anschläge des Bösen, aber rein vor ihm sind freundliche Worte. Es gibt Dinge, die Gott nicht abkann, die ihn ankotzen. Das kann er nicht ab. die Anschläge des Bösen, Pläne, die Menschen schmieden zum Bösen. Nicht nur die Taten, nicht nur die bösen Taten sind in Gottes Augen ein Gräuel, sondern schon die Pläne, die Gedanken. Jesus hat das auch sehr deutlich gemacht in der Bergpredigt Matthäus 5, da sagt er, euch ist gesagt durch das Gesetz, du sollst nicht die Ehe brechen. Aber wisst ihr, Gott sieht viel tiefer. Und wenn du in deinem Herzen eine Frau begehst, sie anschaust und sie begehst in deinem Herzen, dann hast du die Ehe schon mit ihr gebrochen. Ehebruch ist nicht erst da, wo du zur Tat schreitest, sondern da, wo du deiner Begierde in deinem Herzen zu entfalten, mit deinen Augen schaust und geleitet bist von der Begierde. Das ist schon Ehebruch. Natürlich gibt es einen Unterschied zwischen der Tat und dem Plan. Wenn wir Böses tun, dann hat es immer viel schlimmere Auswirkungen, als wenn wir die bösen Taten nur planen und dann nicht tun. Aber in Gottes Augen ist auch der Plan in deinem Herzen schon ein Gräuel. Lass uns da mal lesen in Markus 7. Jesus macht das offenbar, dass es in der Reinheit und Unreinheit vor Gott nicht um die äußerlichen Taten geht, um irgendwelche Rituale, die wir einhalten, sondern dass es Gott um mein Herz geht, um mein Innerstes, meine innersten Gedanken, das steht hier in Markus 7 und Vers 20 bis 23 lesen wir, er sagte aber, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen, denn von innen, aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken hervor, Unzucht, die Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut, Torheit, alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. und wenn es um die freundlichen Worte geht, die vor Gott rein sind und wohlgefällig vor Gott sind, sagt Jesus auch was ganz bemerkenswertes, das was aus dem Mund rauskommt, das kommt aus dem Herzen, aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Wenn ich also etwas Gutes, Freundliches sagen will, dann muss was Gutes, Freundliches in meinem Herzen sein. Und wie kommt das da rein? Indem ich Gott bitte, dass er mein Herz reinigt und dass er mein Herz füllt mit Gutem, mit seiner Liebe. Und wisst ihr, er ist die Quelle der Liebe, er ist ein reines Wasser, was dazu da ist, mein Herz zu reinigen. Er möchte so gerne mein Herz reinigen, damit da Gutes herauskommt. Freundliche Worte und dass meine Gedanken nicht ständig damit beschäftigt sind, irgendwelche sündigen Gedanken zu denken. Er hat gute Gedanken über mein Leben. Sein Wort ist voller guter Gedanken. Und wisst ihr, das ist es, das Wort, das Wasserbad im Wort reinigt mich, es reinigt meine Gedanken. Es gibt mir gute Gedanken, das Wort Gottes. Und so kommt Gutes aus mir hervor. Vers 27 in Kapitel 15 sein Haus sein Haus sein Haus zerrüttet, wer Unrechten Gewinn macht, wer aber Bestechungsgeschenke hasst, wird leben. Hier geht es um Korruption. Im Wort Gottes geht es oft auch um ganz praktische Dinge des alltäglichen Lebens. Und Korruption ist ein großes Problem, ein großes Feld. Menschen sind korrupt. Wir Menschen in unserer Sündhaftigkeit, ja, wir lieben das, andere Menschen zu bestechen, irgendwie irgendwelche Mittel und Wege zu finden, wie ich den anderen manipulieren kann, wie ich ihn für mich einnehmen kann. Wir lieben es auch, wenn wir eine Machtposition haben, dass andere uns Gutes tun, ja, und dann sind wir auch bereit, für sie irgendwas zu machen. Eine Hand wäscht die andere, das ist es doch, oder? Das ist überall. vom Kleinsten bis zum Größten. Bei den Großen ist es natürlich besonders, hat es besonders großen Schaden, wenn dann irgendwelche Autobosse, die die Politiker schmieren und was da am Ende bei rauskommt, sind riesige Millionen, Milliarden von Geld, was da fließt und was dann irgendwie Schaden anrichtet. Weltweit, sagt der Internationale Währungsfonds entstehen jährlich Schäden durch Korruption von zwei Billionen Dollar. Die OECD spricht sogar von vier Billionen. Das lässt sich nicht so ganz leicht immer so einordnen, was für ein Schaden jetzt entsteht, wenn Korruption stattfindet. Das kann man nicht immer ganz genau sagen. wie gesagt, Korruption kann sehr unterschiedliche Ausmaße annehmen. Ich habe hier mal so was rauskopiert von irgendeiner staatlichen Stelle, da wird so ein bisschen über Korruption gesprochen und hier Beispiele genannt. Der Polizist, der für ein kleines Trinkgeld wegschaut, der Verwaltungsbeamte, der Baugenehmigungen verkauft, der Arzt, der sich nur gut um die Patienten kümmert, deren Familien ein Extrahonorar bezahlen, der Richter, der sich vom Angeklagten bestechen lässt und ein mildes Urteil fällt, der Politiker, der seinen Freunden und Verwandten gute Posten verschafft, der Bauunternehmer, der seine Aufträge durch Bestechung erhält, der Sportfunktionär, der sich für bestimmte Entscheidungen bezahlen lässt. Und da kannst du ja so viele Sachen noch anknüpfen. In Deutschland haben wir ja nicht so das Problem. Wenn wir an Korruption denken, dann denken wir an Länder wie Indien oder in Afrika und Lateinamerika. Aber in Deutschland gibt es das ja nicht. Ja, es gibt so ein Ranking und da steht Deutschland ziemlich weit oben. Wenig Korruption gefühlt. und was die Strafverfolgung angeht, ja, es gibt Fälle von Korruption, die werden auch aufgedeckt, aber wisst ihr, wir sind alles Menschen und wir neigen alle dazu. Wenn wir Machtpositionen innehaben, wenn wir Entscheidungsgewalt haben, ja, dann lassen wir uns gerne mal was schenken. Aber dieses Geschenk, das bringt alles durcheinander. Wisst ihr, durch Korruption wird das Vertrauen in die Verwaltung untergraben. Durch Korruption wird, ja, entsteht Politikverdrossenheit. Durch Korruption entsteht Misstrauen. Durch Korruption werden die Dinge auch teurer, die eigentlich viel billiger und günstiger sein können. Die Leistungen verschlechtern sich. Durch Korruption wird eigentlich das ganze System ausgehöhlt, unterhöhlt. Und deswegen sagt Gottes Wort hier, sein Haus zerrüttet, wer Unrichten Gewinn macht. Am Ende machst du das Haus, das ganze System kaputt. Das bricht alles zusammen. Wer aber Bestechungsgeschenke hasst, wird leben. Und wisst ihr, das ist das, was Gott seinen Kindern ans Herz legt. Wisst ihr, das ist eine Entscheidung des Herzens, sich nicht schmieren zu lassen, sich nicht benutzen zu lassen, keine Geschenke anzunehmen. Ich musste das damals, als ich Lehrer war, als Beamter das unterschreiben, dass ich nichts annehme. Da wurde ganz genau geregelt. Bis zu einem Blumenstrauß, okay, das geht noch. Aber sonst, weiter geht's nicht. Und das musste ich unterschreiben. Und ja, aber es ist eine Entscheidung des Herzens, dass ich nicht dabei mitmache, bei diesem ganzen System. Eine Hand wäscht die andere. Ich mache da nicht mit. Wisst ihr, Gott beschenkt uns mit seiner Gnade. Und wenn ich was schenke, dann will ich es auch schenken und nicht etwas zurück erwarten. So lehrt es uns unser Herr. Ich will mich dem Recht beugen und mich dem Gesetz unterordnen. Das ist das, was unser Herr uns lehrt. Ich will meine Steuern entrichten, wie es recht und billig ist. So lehrt es uns unser Herr. Ich will mich nicht in ein graues oder dunkles System hinein begeben und mitmachen in dem ganzen Kuddelmuddel, was auf dieser Welt läuft. Gott will, dass wir da ganz klar, ganz hart sind. Ich hasse Bestechungsgeschenke. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich will das nicht anfassen. Ich will damit nichts zu tun haben. Das ist eine tiefe Entscheidung in meinem Herzen, die ich treffen muss. Aus Liebe zu meinem Herrn, aus Liebe zur Wahrheit, aus Liebe zur Gerechtigkeit. Ich mache da nicht mit. Weder als jemand, der besticht, noch als jemand, der sich bestechen lässt. Das Herz des Gerechten überlegt, was zu antworten ist, aber der Mund der Gottlosen lässt Bosheit sprudeln. Hier etwas, was wir auch öfter gelesen haben, will ich jetzt auch nicht länger darauf eingehen. Jakobus 1, Vers 19, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn, die Zunge zügeln. Herr, hilf mir, dass ich nicht so schnell drauf los plappere, sondern dass ich mir Zeit nehme, zuhöre, überlege, was ich sage. Der Mund der Gottlosen lässt nämlich Bosheiten sprudeln, da kommt so schnell ein Spruch, da kommt so schnell ein Spott, da kommt so schnell Ironie, Sarkasmus, verletzende Worte, geht so schnell. Fern ist der Herr von den Gottlosen, aber das Gebet der Gerechten hört er und das ist eine wunderbare Verheißung, Gott hört das Gebet der Gerechten. Lass uns dazu nochmal Jakobus 5 aufschlagen, dann gibt es auch einen schönen Vers dazu, der dazu passt und der uns nochmal aufzeigt, was es damit Aufsicht hat mit dem Gerechten. Jakobus 5 Vers 16 Es steht, bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Hier wird der Schlüssel deutlich, bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander. Wenn wir zusammenkommen, lasst uns nicht heucheln, lasst uns nicht so tun, als ob alles in Ordnung wäre. Ich brauche Vergebung. Du brauchst Vergebung. Lass uns unsere Sünde bekennen. Wenn wir unsere Sünde nicht bekennen, wenn wir selbst gerecht auftreten, dann sind wir vielleicht bereit, für andere zu beten. Ja, komm her, mein Lieber, du hast Probleme, ich bete gerne für dich, denn ich bin heilig und gerecht. Ich bin der fromme Priester, ja, ich kann die Absolution erteilen. Nein, wir bekennen einander unsere Sünden. Wir sind alle im selben Boot. Wir sind alle von Gnade abhängig. Wir haben alle versagt. Wir sind alle zu kurz gekommen, haben zu wenig geliebt, zu wenig uns hingegeben, unserem Nächsten. Zu wenig Gott gesucht, zu wenig Gott gehorcht. Wir brauchen Vergebung. Und wenn wir so zusammenkommen, miteinander, einander darin helfen, Vergebung zu suchen und zu erlangen, denn das hat uns Gott zugesagt. Wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und dann bist du plötzlich ein Gerechter. Und dann bist du in dem Zustand, wo Gott dein Gebet hört. Jesus spricht doch von den Zweien, die zum Haus Gottes gehen. Da war dieser Pharisäer. Ja, er macht alles richtig. Er betet so fromme Worte. Aber am Ende sagt Jesus, Gott erhört sein Gebet nicht. Aber der, der da steht, hinten gebeugten Haupt, der sich an die Brust schlägt und sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig. Gott sagt, Jesus sagt, dieser Mann wird erhört in seinem Gebet. Und wenn wir füreinander beten wollen, dann können wir das nur in diesem Zustand, dass wir wissen, ich bin ungerecht, ich habe gesündigt, Herr, vergib mir bitte. Und so kommen wir zusammen, wir nehmen uns gegenseitig die Beichte ab und sprechen uns die Vergebung Gottes zu, im Namen Jesu. Und dann beten wir füreinander, dass wir Heilung erfahren, Heilung von unseren Schmerzen, von unseren Nöten, Rettung aus unseren Nöten, aus unseren Ängsten, aus unseren Sorgen, auch unsere Sorgen um andere Menschen. Wir beten füreinander vollmächtig und Gott hört unser Gebet. Er handelt danach. Er ist ein Gott, der sich erbarmt, der das Schreien seiner Kinder hört, der sich herabneigt und in den Staub hinabkommt und handelt und eingreift. Das haben so viele erfahren. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Aber den Stolzen wird Gott nicht anhören. Den Hochmütigen und Selbstgerechten wird Gott nicht erhören. fern fern ist der Herr von den Gottlosen und der Gottlose ist der der Gott nicht braucht und er kann sehr fromm sein und viel von Gott reden aber er braucht Gott nicht weil er selbst gerecht ist oder selbst alles hinkriegt aber das Gebet der Gerechten das sind die die sich haben gerecht machen lassen durch Jesus Christus den einen Gerechten denn keiner ist gerecht nur einer Jesus Christus und er schenkt uns seine Gerechtigkeit wenn wir kommen ins Licht kommen unsere Sünde bekennen Vergebung suchen dann schenkt uns Gott die Gerechtigkeit Jesu Christi und unsere Ungerechtigkeit sie liegt auf ihm die Strafe liegt auf ihm damit uns damit wir geheilt werden gerettet werden Leuchten der Augen erfreut das Herz eine gute Nachricht erquickt das Gebein das ist doch eine Botschaft für Corona also wenn du hier die Maske aufsetzt kannst du trotzdem mit den Augen leuchten strahlen lächeln ne David David kann das so schön ja du kannst die Maske aufhaben und trotzdem kannst du den Menschen mit Freundlichkeit mit Liebe anblicken das ist das Licht was in dir leuchtet Jesus hat gesagt ihr seid das Licht der Welt warum weil Jesus das Licht der Welt in mir lebt leuchtet er durch meine Augen hindurch zu den anderen und was macht das für einen Unterschied wenn du zum Einkaufen gehst und die Verkäuferin freundlich anblickst wenn du an der Bushaltestelle stehst und wenn du in den Bus reingehst den Busfahrer freundlich anblickst was löst es aus in ihm ja da geht da kommt Freude auf oder wenn das Licht aus deinen Augen leuchtet zu den anderen Menschen hin wenn die Menschen sehen dass du etwas hast in dir was sie nicht haben dann fangen sie vielleicht sogar an zu fragen hey sag mal was ist mit dir los du bist immer so freundlich das tut mir so gut jedes mal wenn wir uns begegnen strahlen deine Augen so und dann wisst ihr was wir dann machen können dann können wir eine gute Nachricht weitergeben eine gute Nachricht die das Gebein erquickt die sogar Heilung für den Körper bringt die gute Nachricht das Evangelium ich bin geliebt und angenommen von Gott dem Allmächtigen ich habe einen Sinn im Leben mein Leben ist geborgen in Gott ich bin nicht mehr verloren mir ist meine ganze Sünde und meine ganze Schuld vergeben und nicht nur mir sondern Gott schenkt es auch dir wenn du möchtest eine gute Botschaft oder wer es hören möchte kann dadurch erquickt werden ein Ohr das auf heilsame Mahnung hört wird inmitten der Weisen bleiben wer Zucht fahren lässt verachtet sich selbst wer aber auf Zurechtweisung hört erwirbt Verstand diese Dinge haben wir oft gelesen oft gehört wie gesagt der Ruf zum Gehorsam du bist wirklich weise wenn du dein Haus auf dem Felsen baust dann bist du unter die Weisen gerechnet wenn du dich demütigst und Gott als dein König und Herrn annimmst und sein Wort folgst die Furcht des Herrn ist Zucht oder Erziehung unter Weisung zur Weisheit und der Ehre geht Demut voran schlicht und einfach Jesus danke dafür für dein Wort für deine Liebe die uns allen gilt Herr egal wo wir stehen Herr du kennst unser innerstes Wesen du weißt wie sehr wir immer noch Widerstand leisten wie sehr wir immer noch rebellisch sind und aufbegehren Herr aber wir haben gehört von deiner Hingabe am Kreuz die gute Botschaft dass du dich für unsere Sünde für unsere Rebellion hingegeben hast in den Tod dass du es aus Liebe getan hast um uns zu retten vor dem Verderben wir haben gehört dass du uns seine Gerechtigkeit schenken möchtest und uns unsere Sünde vergeben willst und uns reinigen willst von aller Ungerechtigkeit so wollen wir tun und wollen unser Leben auf dieses Fundament bauen und wollen dir den Glauben das Vertrauen aussprechen du bist gut du hast es gut gemacht und machst es gut und ich will das annehmen in meinem Leben ich will dir folgen ich will dir vertrauen ich will auf dein Wort hingehen und mein Haus bauen denn du bist würdig dass man dich ernst nimmt dass man deinem Wort folgt weil du bist der Weise der Gerechte der Heilige und auch der barmherzige Gott der alles geschaffen hat der alles in seiner Hand hält und alles zu seinem Ziel bringen wird wir wollen dir unser Vertrauen aussprechen und bitten dich dass du mit deinem Geist kommst und uns befähigst zum Gehorsam sodass unser Leben gut gebaut ist und dich verherrlicht unseren Herrn und Erlöser Amen